Ich bin jetzt einen Tag hier und man sieht meinen grusigen Nachbarn, der frisst eine Gacke dahin. Seht man das? So etwas kann es nicht sein. Ich mache das nicht. Dann tun sie sie erst kackeln und dann fressen sie es einfach. Ich habe ihm gesagt, er sei ein Sauhund. Er hat gesagt, du bist ein Sauerstrauss. Und dann habe ich gesagt, du bist ein Grusel. Und dann hat er gesagt, du bist ein Gruselöli. Und dann habe ich gesagt, ich bin kein Gruselöli und ich will zu Hause zu Mami. Und dann habe ich gesagt, du bist ein Gruselöli. Hallo? Hallo? Ich habe mich gesehen. Hast du das gesehen? Hallo? 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 Ich habe mich gesehen. Ich bin keinimos Ind 울 von ihm. Ich bin kein Ich habe mich gebissen. Hast du das gesehen? Nöli, ich habe noch Angst. Frau Strauss, bitte kommen Sie zu mir. Entschuldigung, Frau Strauss. Frau Strauss, Sie haben mich gebissen. Frau Strauss, Frau Strauss, Frau Strauss, ich weiss nicht, ich habe sie vertrieben, ist ja so blöd. Sie wollte mich bissen und dann habe ich sie vertrieben und sie hat mir gesagt, ich müsse jetzt gehen, aber ich bleibe auch gerne hier. Ich tue gerne andere vlogen, hehehehe. Oh, jetzt kommt sie wieder an. Strauss, Straussli, hä, du? Du, Blädi, komm, 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 Blädi, hehehehe. Oh, sie kackert, sie kackert gerade. Hast du das gefilmt? Sie tut ein bisschen und wie grossig. Du sie, Frau Strauss. Ich tue mich jetzt verabschiedet, wünsche ich neue schöne Kinderwoche und es hat mir ungefallen, ich will da bleiben. Hallo miteinander, ich bin jetzt der dritte Tag da. Es geht mir nicht gut. Die Strauss hat mich ausgeschlossen, wie ich gesagt habe, sie seien krusig und sie fressen mir eine kackige, das habe ich gestern erzählt. Jetzt komme ich heute zu meinen neuen Nachbarn. Es ist sogenannte Zebra. Aber meine Zebra sind sehr dumm. Da habe ich ihnen gesagt, sie gesagt, ich habe nur spart zu weiss und dann sind sie böse worden. Hallo, Frau Zebra. Hallo. Hallo. Ich kann Zebra nicht gerne und ich will gerne nach Hause. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt bereit, um mit dem Zebra Freundschaft zu machen. Hallo, Frau Zebra. Hallo. Sie hat mich dazu genommen. Bitte darf ich noch ein bisschen haben. Frau Zebra, ich bitte Sie, dass Sie freundlich sind. Frau Zebra. Es ist leistig, dass ich meine Freundin geworden jetzt. Ich gehe jetzt zum kleinen Zebra. Zebräli, ich bin's Löni. Zebräli, ich bin's Löni. Zebräli, ich danke dir vielmals. So, jetzt ist es dann Zeit, dass ich heimkomme. Ich habe da gute Freundinnen gefunden, die schwarz-weissen. Und ich habe doofen Freundinnen gefunden, die schwarz-weissen. Und ich danke Ihnen. So, ich komme jetzt bald nach Hause. Und jetzt darf ich noch reiten, bevor ich komme. Tschüss. Tschüss. Jetzt flinken. Tschau, bitte noch. Ich bin's Löni und ich bin jetzt also da schon vier Tage. Heute ist Freitag und man sieht, dass es auch viel Schnee gab am Anfang. Und jetzt möchte ich gerne zu euch kommen. Hau ab, hau ab. Pst, 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 pst. Frau Strauss. Frau Strauss. Ich möchte mich verabschieden. Ciao, liebste Zebra. Ich möchte mich verabschieden. Ich... Sie haben nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie finden mich alle doof und sie haben gestern gesagt, es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin. Kinder, darf ich jetzt zu euch kommen? Bitte darf ich zu euch kommen. Dann mache ich euch jetzt auf den Weg. Tschau, ihr Blöden. Tschau, ihr Lieben. Ich komme jetzt durch. Ich bin also Svöli und ich freue mich unfest endlich nach Hause zu kommen. Ich habe jeden Tag euch gedacht. Und ich bin so glücklich, jetzt mein Mami den Lütz zu sehen. Und ich habe sie so gern. Ich habe euch gern. Ich habe alle gern. Alle, alle. Und ich komme durch mich hoch. Kinder, ich komme. Tschau, ich bin so glücklich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018